Mit Wehmut erinnert sich die Roy Young Band noch daran, dass sie vor Jahren in Wien bei einem Konzert in der Wiener Stadthalle ein Piano mit einer Axt vollends zertrümmerten. Das war damals der Höhepunkt der Show. So weit konnten wir es hier nicht kommen lassen. Aber immerhin, Rag Mama Rag. Rag Mama Rag 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 Mama Rag Mama Rag Mama Rag Mama Rag Mama